Im Grunde bist du ja als Mann auch häufig froh, wenn es etwas zu reparieren gibt, nur solange es nicht fertig wird, weißt du, dass du immer auf dem Weg bleibst. Es ist eine Horrorvorstellung, dass du irgendwann mal fertig bist, weil wenn du fertig bist, dann bist du fertig, im wahrsten Sinne des Wortes.